Also Franziska, das Neubau-Tonament ist ja so gerne noch dabei. Und die ersten Messerungs waren ja aus unserer alten Zeit, das wir immer noch zu tun gespielt haben. Und die letzten beiden werden jetzt halt welche sein, die wir mit ihr zusammen kombiniert haben. Also... Das kommt hier auch irgendwann, okay? Ja. Dann kommt jetzt Peace Day. Eine Klösschenland. Auf jeden Fall! � Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.